Herr Müller, schön, dass Sie zurückrufen. Folgendes, ich habe Ihr Angebot geprüft und das können wir so machen. Dann schicke ich den Vertrag noch heute raus. Auf Wiederhören. Geschäfte laufen gut, was? Das ist die Finger von meinen Unterlagen. Okay, okay. Also? Wie Deine Mutter, nicht lang drum herum reden. Was willst Du? Also wie Du weißt, verdiene ich mein Geld damit, Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Und momentan bin ich ein bisschen klamm. Du willst mich doch jetzt nicht ernsthaft fragen, ob ich Dir Geld für Deine Spekulationen leihe. Doch. Du hast sie doch nicht mehr alle. Eigentlich hatte ich mit ein bisschen mehr familiärer Unterstützung gerechnet. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Kommt jetzt die Generalabrechnung mit dem Rabenvater? Damit bin ich schon lange durch. Bisher hatte ich bloß noch keine Gelegenheit, es Dir auch mal ins Gesicht zu sagen. Wo warst Du in all die Jahre, hm? Ich weiß nicht, was für Weibern Du Dich diesmal rumgetrieben hast. Das geht Dich in feuchten Dreck an. Du hast Dich überhaupt nicht verändert. Raus. Hör mal... Raus. Okay. Und danke für... Zwei zu zweit zusammen. Gehst Du schon zu schuld? Vera. Wo sind denn deine Eltern, sagt Nati? Frau. Misha, wie oft habe ich Dir gesagt, Du sollst nicht mit anderen Leuten reden? Was hast Du dieser Frau gesagt? Nix. Was macht ihr da? Unterricht. Toller Lehrer. Bringst deinem Sohn falsche Sachen bei. Misha, jetzt ist Schule. Wieso kann ich nicht in die richtige Schule? Die ist ja gleich da vorne. Papa, kann ich raus. Wie ist denn? Misha! Kann ich Ihnen helfen? Geht der Junge hier zur Schule? Moin. Er ist fünf. Er ist sechs. Stimmt doch gar nicht. Ich bin sechs. Sankt, ich glaube es. Das ist sechs. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020